www.49euroticket.de fahren sie herum erkunden sie deutschland schöne städte gibt es zu sehen auch das ein oder andere schöne gesicht ist zu sehen schönes wetter haben wir auch schon die ganze zeit ein zwischenstopp in dresden machen wir heute fahren wir morgen uns auf den endgültigen bis ich bin mal langsam wieder nach hause und will mal wieder meine waschmaschinen messen und der alex ist auch schon gebraut in milchen wenn das ein hauner schwäzer ist machen uns mal einen schönen tag hier in florenz das ist